Mit der Verpflichtung von Mitchell Weiser ist für Werder Bremen der Transfersommer 2021 zu Ende gegangen. Für ein Jahr wird der Außenverteidiger ausgeliehen von Bayer Leverkusen. Ob es eine Kaufoption gibt oder nicht, darüber schweigen sich die Bremer aus. Ist für den Moment aber auch gar nicht so entscheidend. Und wichtig ist, Weiser erweitert die Optionen oder erweitert die Möglichkeiten auf den Außenverteidigerpositionen. Er kann rechts und links spielen und vor allen Dingen bringt er eins mit Qualität. Das kann man schon sagen. Der Junge hat mal bei Bayern München gespielt, der hat bei Hertha BSC gespielt. Der war zuletzt beim Bayer Leverkusen-Otervertrag, hat da aber im vergangenen Jahr schon keine große Rolle mehr gespielt. Und in dieser Saison auch nicht noch gar kein Einsatz in der Bundesliga, nur zwei Minuten im Pokal. Und da hat dann Frank Baumann tatsächlich seine Chance gesehen, ihn bekommen zu können. Und hat zugegriffen nach einer gewissen Vorlaufzeit. Das hat alles ein bisschen gedauert. Die erste Kontaktaufnahme schon im Juni. Aber so richtig heiß wurde es dann in den vergangenen Tagen. Ja, und nach Bremen hat es Weiser eigentlich auch gar nicht mehr pünktlich geschafft. Werder wollte nicht riskieren, ihn noch über die A1 nach Bremen zu jagen aus Leverkusen, nachdem er am Vormittag noch mit der Werkself trainiert hatte. Sondern er hat das alles im Grunde über Fernverhandlungen und Fernunterschriften geregelt. Und so ist der Transfer dann letzten Endes zustande gekommen. Wenige Minuten vor Transferende erst verkündet, aber doch schon so um die Mittagszeit. Hat Baumann gesagt, war das eigentlich schon klar, dass Weiser kommen würde. Ja, er ist der Letzte nach einer Transferphase, die als turbulent beschrieben werden kann. Ich glaube, da übertreibt man nicht. Werder hat unheimlich viele Spiele abgegeben, hat einen Transferüberschuss von mehr als 30 Millionen Euro. Am Ende dürften es wahrscheinlich sogar so 34, 35 Millionen gewesen sein. Hat den Kader also ganz schön ausbluten lassen. Hat aber dann letzten Endes nach langer Wartezeit, nach langer, zermürbender und nerviger Wartezeit auch tatsächlich noch ordentlich nachgelegt mit dem Königstransfer Marvin Dux. 3,2 Millionen Euro teuer, der Mann für den Sturm, der ganz gewiss dazu beiträgt, dass man mit einem ganz wohlwollenden Auge eigentlich auf diese Transferphase am Ende dann doch blickt. Weil man sagt, ja okay, das ist auch einer für die zweite Liga. Der ist gut, der hilft Werder weiter. Da tut sich auch was. Mitchell Weiser ist auch ein guter Name. Mit 27 Jahren Bundesliga-Erfahrung kann sicherlich Werder auch weiterhelfen. Und dann gibt es halt noch die, ja, Roger Assalé, der spät gekommen ist als Außenstürmer. Dann die anderen Verpflichtungen, Rapp fürs Mittelfeld, für die Halbposition, fürs defensive Mittelfeld und Anthony Jung für die Verteidigung. Das ist alles in allem, ja, Frank Baumann spricht von einer Ausgewogenheit von jungen Spielern, von erfahrenen Spielern, von Perspektivspielern. Man hat eigentlich sein Fazit gezogen und hat gesagt, das ist ein Kader, mit dem man was aufbauen kann. Gut, das wird die Zukunft zeigen, ob das tatsächlich so ist. Es bleibt aber ganz sicher, ganz, ganz sicher ein Defizit, weshalb man dann auch Baumanns Transferarbeit, ja, eigentlich maximal mit einer 3-3-plus bewerten kann. Es ist einfach im Mittelfeld zu wenig passiert. Da wurden Maxi Eggestein, Kevin Möwald abgegeben. Der Sechser, den Werder eigentlich seit Jahren sucht, ja, ist er jetzt gefunden in Nikolaj Rapp? Das behaupten die Bremer oder ist er nicht gefunden? Ich sage mal, nein, er nicht. Und auch in der Offensive hat Werder da durchaus Federn gelassen. Auch wenn Niklas Schmidt dann nachschießt, nachwächst und Baumann nicht zu Unrecht sagt, der ist ja im Moment gar nicht aus der Mannschaft wegzudenken. Das stimmt, das ist richtig. Aber schlussendlich ist da vielleicht so der Knackpunkt, der Mannschaftsteil, wo es vielleicht noch am dünnsten ist für Werder und wo möglicherweise dann im Winter nochmal nachgeschossen werden kann. Aktuell wird es eher nicht darauf hinauslaufen, dass Werder nochmal vertragslose Spieler, da geistern ja so Namen wie Castro und Neustädter durch die Gerüchteküche, das wird eher nicht passieren, sagt Frank Baumann. Das haben wir nicht geplant. Und auch noch jemanden abzugeben in Ligen, die jetzt noch länger geöffnet sind, ich sage mal Toprak in die Türkei, das wäre rein theoretisch möglich, wird es nicht geben. Da ist nichts geplant, auch nicht von Spielerseite. Und deshalb wird das jetzt wohl der Kader sein, mit dem wir arbeiten werden in den nächsten Monaten, sagt Frank Baumann. Und ist eigentlich ganz froh, dass jetzt die Transferphase vorbei ist. Das hat er ganz deutlich gemacht. War halt anstrengend, war lang, sehr lang diesmal und sehr bewegend, sehr bewegt Transferphase. Und am Ende steht Werder mit einem Kader da, der dann doch wohl der teuerste ist in der zweiten Liga, dass das die Bremer direkt zum Aufstiegskandidaten Nummer eins macht. Ja, viele werden das so sehen. Einschränkung wird aber sein, diese Mannschaft muss sich erst finden. Und da bittet Baumann nicht zu Unrecht auch um ein bisschen Geduld, bis sich diese Mannschaft gefunden hat in der Hierarchie, mit den Führungsspielern, im ganzen Teambildung und bis alles zusammenpasst. Aber wir haben ja auch gesehen gegen Rostock bei dem 3 zu 0, wie schnell das alles gehen kann, wie schnell manche Sachen dann auch für den Moment greifen können, ob das alles dauerhaft und nachhaltig ist. Das wird man dann sehen. Aber so, wir sind jetzt erstmal an diesem Punkt. Transferphase beendet. Wiederaufbau vorangetrieben, gar keine Frage. Und ja, jetzt gucken wir mal, was am Ende sportlich dabei herausbringt. Das war das Spaß ran, was am Ende sportlich dabei leider sagen, Und da war es auch im Moment, was scharf. Bis zum nächsten Mal, biscer�in da. nostro Espanщее Thema Scholarship Koranget мне, um Hoo-Baby healthcare Estoy von au tollen Tor und typisch. Und da bin ich ja nämlich dabeirades если bei mir ja